Die Jagd-Saison ist eröffnet. Sie sind programmiert, ihr Blut zu finden. Okay, gehen wir mal noch weiter hoch. Wer ist denn der Panel? Ich versteh das nicht. Ja, gelangweilt, wenn du Penner dich versteckst. Hier bist du. Ah, ich wollte Granaden schmeißen, dann nimmt er wieder irgendeine Mine in der Pfote, ey. Ja, oder was schießen? So, die Drohne stimmt. Ja, Mensch, warum muss denn der immer genau da nachladen, wenn ich jetzt... Ich hab irgendwie das Gefühl, dass der jetzt nur noch nachladen muss, wenn ich gerade schießen will. Kellen, die Schild ohne erneuert ihre Rüstung. Zerstören Sie sie? Ja, wenn ich mal wüsste, wo der Typ ist. So, in der Zwischenzeit laden wir noch mal ganz schnell nach und... Ja, das stimmt, du bist ein lästiges, kleines Biest. Boah, das knallt ganz schön hier in mein Headset. Wo ist denn der schon wieder? Wo ist denn der schon wieder? Lästige kleine Biester, was? Warte mal. Oh, komm, komm! Oh, komm, komm! Mann! Damit seine Kacke, ey, hier. Ja, ich glaub, das war unser letzte Adrenalin-Pack. So ein feiges Vieh, ey. So ein feiges Vieh, ey. Sie sind programmiert, um den Spieler zu ärgern. So sieht's aus, ja. Oh, komm! Die werden sie nicht hacken können, Lektaner! Ja, ey, fick dich! Was ist denn das für ne Scheiße hier wegen diesem dummen Thronen? Die rennen schon so schnell ich kann, ey. Die sind schneller als ich, ey. Mann! Welcher bedepperte Vollpfosten denkt sich so ne Kacke aus, ey. Meine Fresse! Ja, jetzt geht das wieder von vorne los, dieser Rotz, ey. Ich hasse sowas. Oh, ja. Komm. Boah, was ist denn das? Ja, ey, das ist so ne Scheiße hier, ey. Mit sowas hab ich jetzt gar nicht gerechnet, auch. Ja, und jetzt ist der weg, ey. So ein dummes, feiges Dreckschwein, ey. Mann! Ja, eigentlich kann ich den Kampf schon immer vergessen. Ich hab schon da mein Adrenalin-Pack vergeudelt halt jetzt von Anfang. Ah, komm, du kleiner... Ja, jetzt muss ich nachladen. Alles klar. Alles klar. Ja, komm, komm. Nach, 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 lad nach. Lad doch mal bisschen schneller nach. Meine Güte, warum machst denn du das nicht? Ey, Mann! Das gibt's doch nicht. Ey, wie kann man denn da einpennt beim Nachladen? Oh, das... Ich hab das Gefühl, dass das sich dann extra noch Zeit lässt, ey. Ja, ich versuch dann einfach die Waffe zu wechseln, wenn das dann so weit ist. Ach, trotzdem kann er nicht wahr sein, ey. Ja, hat schon wieder weg-teleportiert hier, dieser Affe. Mann! Ja, genau! Jetzt tauchen die Drohnen einfach so aus dem Nichts auf, Alter. Erzählt mal noch so ein, ey. Mann! Die sind doch jetzt gerade hier so gesupport. Das könnt die mir ja nicht erzählen, ey. Oh, so eine Kacke, ey. Achso, ich dachte, das war jetzt hier so eine Heilungsdrohne von dem Typ. Ja, komm. Ja, statt nachladen, versuche ich dann einfach ganz schnell die Waffe zu wechseln. Ja, genau. Ja. Ey, das ist doch so nölig. Diese dummen Drohnen, Alter, die ballern mit einmal auf einen. Wie soll ich denn da so schnell die Dinger treffen, ey? Besonders, wenn das dann gefühlt tausendmal nach jedem Schuss nachladen muss, ey. Meine Fresse, ey. Ja, komm. Fick dich, Junge, ey. Das geht mir jetzt echt grad schon wieder auf den Sack, Mann, ey. Wie kann man denn so eine Scheiße programmieren, ey? Ganz ehrlich, ja. Ja, komm. Da steht vor mir, ey. Kann ich den nicht einfach... Lass mal den Bands dran oder was, ey. Ja, komm. Oh, ja. Das ist doch... Ey. Diese dumme Drohnen, du triffst ja gar nicht. Ja. Von allen Dingen, das ist auch so dumm. Jetzt muss ich mein Adrenalin wieder verwenden, halt. Wo es jetzt eigentlich total unnötig ist, weil es jetzt grad nur voll am Anfang gesehen ist. Nein, mein Stubb-Tönner. Ach, komm. Ich weiß nicht, warum es jedes Mal über die Munition leer, wenn ich grade in den Begriff bin, auf ihn zu schießen. Ich versteh das nicht. Ja. Bleiben Sie an den Rand. Ah, komm. Erstmal kurz in Deckung, ja. So. Ja. Mann, was soll ich denn da machen, wenn diese dummen Scheiß Drohnen auf mich schießen? Oder fliegen, Alter. Die tun mit dem mal durchdrehen und fliegen auf mich drauf und explodieren. Was ist denn das? Mann, du kleines, dummes Stück Kacke. Du gehst mir so auf den Sack, du kleiner Wichser hier, ey. Meine Fresse. Ja, ich weiß, das war jetzt grade sehr dumm, aber trotzdem, das regt mich öff, ey, Mann. Wie kann man denn so eine behinderte Scheiß hier nur programmieren, ey? Mann. Ja, komm, töte mich. Ja, ich will hier nicht wiederbelebt werden, weil das ist sowieso arschlos. Ich muss mir das Ding aufheben, wenn das dann so weit ist mit seinen dummen Kackdrohnen, ey. Ey, aber wirklich, das ist so nölig, das ist so nölig. Ja, und ich stehe hier von all den Gedanken, ja, boah, ey, was soll ich denn dagegen machen, wenn sie so dummen Thronen grade so durchdrehen? Besonders, wenn meine Sicht so eingeschränkt ist. Ey, aber wirklich, ey. Ey, das macht echt grade keinen Spaß, wie ich sagen würde. Das ist, sowas regt mich echt auf. Komm. Ah, klar. Und dieses dumme Feige-Drecksvieh versteckt sich dann immer. Kämpfen wir mal wie ein ordentlicher Kerl, ey. Okay, erstmal weg wegen Thronen, ja, und dann wird er hängen bleiben. Okay, das ging bis jetzt. Ah, komm. Ah, komm. Ah, komm. Ah, komm. Ah, komm. Okay, wir haben's geschafft. Ah, komm. Wie hält man es auf? Reden Sie! New Hellgun ist nur eine Fantasie. Erdacht von Feiglingen und Verrätern. Aufwachen! Ah! Ah! Die Raffe! Die Fantasie endet hier. Für euch alle! Diese Invasion kostet euch alles! Sie erleben das nicht. So, bitte melden. Ende. Ja, ich höre dich. Bitte. Wir müssen umkehren. Wir haben keine Chance. Zu spät. Ist sie noch bei dir? Ist sie noch bei dir? Das heißt dann wohl ja. Du hast den Blick für das Wesentliche verloren. Das habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Stahl hat die Waffe. Jetzt kann ich ihn aufhalten. Du läufst in eine Falle! Die Waffe sind gefallen. Sir! Schade. Wenn wir Stahl finden, endet das hier. Stahl ist unsere einzige Schauspieler. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, so schwer war es eigentlich gar nicht. Aber erstmal rummeckern und aufregen. Aber da hat er mich auch wirklich ganz schön abgefuckt, weil diese Drohnen irgendwie mal so zugeflogen kamen. Also das fand ich doch schon ziemlich unfair halt. Und ich habe jetzt auch gar nicht mit so einem Boss gerechnet. Und ich habe auch gar keine Ahnung, wer das jetzt überhaupt war. Also den hat man vorher glaube ich noch nie gesehen, oder? Ich weiß es gar nicht. So, ähm. Ich hätte gerne mal noch ein bisschen Munition. Okay, sehr schön. Ich hätte natürlich gerne nochmal ein bisschen mehr Munition. An den konnte ich mich zum Beispiel gar nicht erinnern. Also eigentlich... Also auch nicht erinnern halt. Oh, hier ist Adrenalin. Das hätten wir uns eigentlich auch zu Nutzen machen können. Aber okay. Okay. Ja. Äh, war hier nicht gerade noch irgendwie so ein Geschütz? Wir sollen aber jetzt hier rein, okay? Wir beide sind ausgestoßen. Vielleicht ist diese Gemeinsamkeit gar nicht so schlecht. Wir nähern uns zur Stahlsbasis. 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 Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. Hey, Kuss, was ist los? Ich weiß, dass die Wasser rein ist. Moment! Ich habe keine Kontrolle. Echo, Kallen hier. Sind Sie okay? Echo, hören Sie mich? Ja, das war ja mal eine richtig geile Sequenz gerade. Oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das ist richtig fett, ey. Also das werde ich auf jeden Fall in absehbarer Zeit nochmal erneut durchspielen. Also für mich nochmal halt. Das ist schon richtig geil gemacht. Also kann ich nur weiterempfehlen. Also wie gesagt, ich habe eigentlich so gut wie alles vergessen. Aber warum, frage ich mich. Ach so, können wir jetzt selber steuern? Nicht wirklich, ja. Also wir können uns umschauen, ja, aber... Okay, jetzt können wir... Das sieht so geil aus mit den Wolken und so hier. Okay, wir müssen irgendwie hier rund rum. Das können wir vielleicht so als Thumbnail nehmen. Ja, mal schauen. Können wir das irgendwie beschleunigen? Nein, ne? Ah, okay, da müssen wir rein. Ja, wie gesagt, mit sowas habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet, halt. Also, äh... Diese Sequenzen sind gerade eben so... Das ist echt geil gemacht. Also wie schon zuvor gesagt, soll ja ein neuer Teil sein. in der Arbeit sein. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, wenn die Gerüchte hoffentlich stimmen. Äh, kommt mir hier rein? Keiner? Ah, stimmt, wir können auch schießen. Das habe ich ja komplett vergessen. Äh... Äh... Ach, hier. Ah, können wir die... Die Ruhe zerstören? Nein. Oder doch? Weiß nicht, ob uns das jetzt überhaupt was bringt, aber... Was hat denn der da für eine Waffe? Ich bin nicht, was hat denn der da wieder? Ja. Hallo! Ich bin nicht, woher. Was hat dir gehört? Wie wäre das? Ja, ich bin noch nicht. Ich bin nicht, woher möchte. Ich bin aber nicht perfekt. Wie gesagt, Gott, ich bin nicht, glüß. Ja, ich bin der Karte aber das nicht. Und ich bin nicht mit der Karte, Ich bin nicht, das ist so schwer. einfach und das nicht zu sein. Und das war zu mir. Vielen Dank.